Tofu ist besser mit Zitronen im Leitungswasser. Saftig, bio, tierversuchsfrei, gentechnikfrei, genderneutral, vegan, Tofu-Burger. Der charakteristische Geschmack und die spritzige Zitrusmischung von Zitronenleitungswasser durchdringt das Soja und verleiht einem saftigen, biologisch angebauten, tierversuchsfreien, gentechnikfreien, genderneutralen und veganen Tofu-Burger einen frischen, natürlichen und köstlichen Geschmack sowie ein Hauch von Zitrus beim Kochen den Geschmack verstärken und das gesamte Geschmacksprofil einer Speise oder eines Getränks verändern kann. Deshalb ist ein Glas Leitungswasser mit einer Zitrone ein absolutes Muss für einen saftigen, biologisch angebauten, tierversuchsfreien, gentechnikfreien, genderneutralen und veganen Tofu-Burger. Öffne Wasserhahn, lasse Leitungswasser ins Glas fließen, drücke Zitrone aus über Glas, voilà! Genieße deinen saftigen, biologisch angebauten, tierversuchsfreien, gentechnikfreien, genderneutralen und veganen Tofu-Burger. Funktioniert auch beim Grillen. Saftige, biologisch angebaute, tierversuchsfreie, gentechnikfreie, genderneutrale, vegane Tofu-Burger schmecken besser mit Zitronenleitungswasser. Und die Wissenschaft beweist das. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Erfahre mehr unter www.wurst-meine-wurst.de Website existiert nicht.